Jetzt bitte ich die Historikerin und Publizistin Regina Scheer auf die Bühne und danach meinen Freund und Kollegen Roland Klaus aus dem Deutschen Bundestag. Mit Roland Klaus verbindet mich seit sehr vielen Jahren, dass wir beide alles dafür tun, dass ihr Steuergeld ordentlich verwaltet wird. Wir sitzen im Deutschen Bundestag, können uns nicht immer durchsetzen, aber wir hoffen, dass wir das nach der nächsten Bundestagswahl noch besser tun, dass Geld nicht für Panzer und Rüstung ausgegeben wird, sondern für das Land, für die Zukunft, für die Jugend, für soziale Zwecke und darum begrüßen Sie zuerst Regina Scheer und dann Roland Klaus. Vielen Dank. Die meisten Autoren der Bücher, die hier am 10. Mai 1933 verbrannt wurden, also der größere Teil war bereits emigriert. Und zu denen, die schon im März 1933 aus Deutschland weggingen, gehörte Maximilian Scheer, aus dessen Erinnerungen ich hier lese. Du sitzt in einer fremden Stadt, fremd, obwohl du sie als Besucher verschiedentlich heimisch fandest, das war völlig anders. Du hast noch ein bisschen Geld und du sitzt auf der Terrasse eines Cafés in Paris schon im Freien, in diesen frühen Frühlingstagen der März-April-Wende dieses Jahres 1933. Wie weit und wie nah liegt Deutschland hinter dir? Du bewegst dich noch, als lebtest du in schwerem Traum. Du denkst an die letzten Tage in Berlin. Du spürtest mehr, als du sahst, dass sich die Straßen veränderten. Unvergesslich, unlöschbar in deinem Erinnern ist jener sonnige Vorfrühlingstag, an dem du schlendernd auf dem Gehsteig unter den Ninden gingst, die noch die frühere Atmosphäre zu haben schien. Ein wenig Ferien, ein wenig Faulheit, Leichtigkeit, Buntheit, Eleganz. Und plötzlich spürst du Ungewohntes, Beklemmendes, Beängstigendes. Was ist es, fragst du dich? Es sind Gesichter unter Käppis, die das Bild der Straße bedrücken. Es sind Züge von Rohheit, Brutalität. Der Abschaum spült an die Oberfläche. Dies sind die neuen Herren. Dies ist Deutschlands nächste Zukunft. Rohheit, Grausamkeit, Gemeinheit und Menschlichkeit. Du sahst es gleich einer Vision. Von diesen Tagen an wusstest du, was vor dir lag, vor deinem Volk, vor deinem Land. Nein, wissen konntest du es nicht. Du ahntest es. Wissen von allem künftigen Leid und 50 Millionen Toten eines neuen Krieges hätte wahrscheinlich jeden Wissenden erschlagen. Aber dir war, als wüsstest du, was kommen würde. Gesichter lügen manchmal. Jene lugen nicht. Sie waren nackt, grauenhaft nackt. Ich wohnte Anfang 1933 an der Spandauer Chaussee in Charlottenburg im Zimmer einer Chauffeurwohnung, aufgestockt auf die Garage einer Villa, Tür gegen Tür mit Ernst Wildangel, dem damaligen Studienrat an der Neuköllner Karl-Marx-Schule und nach 1945 dem ersten Staatsschulrat von Groß-Berlin. Kollegen an der Schule entpuppten sich als Nazis und bedrohten ihn. Die Polizei kam und durchsuchte, was er besaß. Der Durchsuchung gewärtig hatte er in die Schublade seines Schreibtisches obenauf das ihm im Weltkrieg verliehene eiserne Kreuz gelegt. Die beiden Polizisten ließen sich anscheinend einreden, der Durchsuchungsbefehl könne einem Missverständnis so zu schreiben sein. Es wurde so viel durchsucht. Aber wann würden sie wiederkommen? Oder wann würden andere kommen? Morgen? Nächste Woche? Bei mir pochte es am nächsten Tag um sechs Uhr früh. Ich wachte auf, öffnete ein Polizist. Er sagte, fragend meinen Namen. Ja, sagte ich. Darauf er, ziehen Sie sich an, kommen Sie mit. Er stellte sich heraus, der Grund war völlig harmlos. Ich hatte eine kleine Strafe der Verkehrspolizei nicht bezahlt und sollte sitzen. Der Polizist ließ mit sich reden. Aber wenn Sie heute nicht zum Revier kommen und bezahlen, hole ich Sie. Als er fort war, lachte ich. Aber die Schrecksekunde war tief und blieb. Ziehen Sie sich an und kommen Sie mit. Die Nazis hatten mich verschiedentlich angegriffen, beschimpft. Ich hatte öffentlich gesprochen, einmal in den Kölner Messehallen zusammen mit Erwin Piskator. Das Kölner Gaublatt hatte mir wütend das Prädikat rabulistischer jüdischer Advokat zuerkannt. Wusste ich, ob SA-Führer, die einmal meine Jugendfreunde gewesen waren, nach mir Ausschau hielten. Als ich auf dem Revier die Verkehrsstrafe bezahlte, sah ich im Hof eine Schar Uniformierter mit roter Binde. Sie wurde vom Polizisten gedrillt. Es waren SA-Uniformen, SA-Gesichter, Hilfspolizisten. Wenn die früh um sechs pochten, der Villenbesitzer oder Pächter, dem es Pekunier nicht gut ging, sonst hätte er die Garagenwohnung nicht vermietet, raunte Wildangel zu. Schreckliche Dinge, absolut zuverlässig. Er nannte Namen. Man foltert Gefangene in Kellern, man schlägt sie tot. Und noch etwas gab es. Ich schrieb an einem Buch. Der Stoff war eine der Verschwörungen der Öltrust gegen die Sowjetunion. Ein solches Buch konnte in Deutschland nicht mehr erscheinen. Das war zu sehen. Auch die Presse war nur noch ein Torso, ein Bauch ohne Kopf. Meine Feder war tot in diesem Land. In der Nacht fuhren Wildangel und ich über Köln nach Paris. Ein paar Begegnungen erhielten sich, von damals erhielten sich schemenhaft. Kurt Weil war kein Aufsässiger, aber schon außer Landes. Seine Musik zur Dreigroschenoper hatten die nun herrschenden seit Langem Bespienen. Da er wusste, wo ich Theaterkritik geschrieben hatte, schien Weil mir gegenüber auf seltsame Art vertraut. Er lächelte in die Zeit hinein. Er nahm die Neuen nicht ernst. Das dauere nicht lange. Ich fürchte doch, sagte ich. Der Komponist Hans Eisler war da, funkelnd und deutend, wissend und witzig. Er stellte keine Prognosen. Er beobachtete Geschehnisse, Menschen. Er wusste viel von beiden. Darum traf seine Musik. Jedem, der schrieb, war zumute, als habe er über Nacht seine Stimme verloren. Als könne er nur noch flüstern und niemand höre ihn. Keine Zeitung, keine Zeitschrift, kein Rundfunk, kein Buchverlag war für uns mehr da. In dieser ersten Zeit der Emigration. Rudolf Leonhard traf mit uns zusammen. Es war besonders wichtig, weil er schon mehrere Jahre in Paris lebte. Er kam bald zu seinen deutschen Kollegen, wurde ihr Landesmentor, ihr Berater, Helfer, Lenker und der Initiator bei der Gründung des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller im Exil. Die Kinder von Ischew, von Reinhard May, sie waren voller Neugier, sie waren voller Leben. Die Kinder und sie waren 44 an der Zahl. Sie waren genau wie ihr. Sie waren wie alle Kinder eben. Im Haus in Ischew, hoch überm Rohnetal. Auf der Flucht vor den Deutschen zusammengetrieben. Und hinter jedem Namen steht bitteres Leid. Sie sind ganz allein auf der Welt geblieben. Aneinandergelehnt in dieser Mörderzeit. Im Jahr 44, der Zeit der fleißken Schergen. Der Spitzel und Häscher zur Menschenjagd bestellt. Hier wird sie keiner finden. Hier oben in den Bergen. Die Kinder von Ischew, hier am Ende der Welt. Josef, der kann malen. Landschaften mit Pferden. Theodor, der den Hühnern und Kühen das Futter bringt. Liliane, die so schön schreibt, sie soll einmal Dichterin werden. Der kleine Raoul, der den lieben langen Tag übersingt. Und Elli, Sammy, Max und Sarah, wie sie alle heißen. Jedes hat seine Gabe, sein Talent, seinen Part. Jedes ist ein Geschenk. Und keines wird man denen entreißen, die sie hüten und lieben. Ein jedes auf seine Art. Doch es schwebt über jedem Spiel längst eine böse Ahnung. Die Angst vor Entdeckung über jeden neuen Tag. Hinter jedem Lachen klingt schon die dunkle Mahnung, dass jedes Auto, das kommt, das Verhängnis bringen mag. Am Morgen des Gründonnerstags sind sie gekommen. Soldaten in langen Mänteln und Männer in Zivil. Ein Sonnentag. Sie haben alle, alle mitgenommen, auf Lastwagen gestoßen und sie nannten kein Ziel. Manche fingen in ihrer Verzweiflung an zu singen. Manche haben gebetet, wieder andere blieben stumm. Manche haben geweint und alle, alle gingen den gleichen Weg in ihr Martyrium. Die Chronik zeigt genau die Listen der Namen. Die Nummer des Waggons und an welchem Zug er hing. Die Nummer des Transports, mit dem sie ins Lager kamen. Die Chronik zeigt, dass keines den Mördern entging. Heute höre ich, wir sollen das in die Geschichte einreihen. Und es muss doch auch mal Schluss sein, endlich nach all den Jahren. Ich rede und singe und wenn es sein muss, werde ich schreien, damit unsere Kinder erfahren, wer sie sind. Der Älteste war 17, der Jüngste grad vier Jahre, von der Rampe in Birkenau in die Gaskammern geführt. Ich werde sie mein Leben lang sehen und bewahre, ihre Namen in meine Seele eingraviert. Sie waren voller Neugier. Sie waren voller Leben. Die Kinder und sie waren 44 an der Zahl. Sie waren genau wie ihr, wie alle Kinder eben, im Haus von Essieu über dem Rohnetal. Frau Mayrin, die sind bei der